Okay, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Oh, warte mal, hier können... Ah, buddeln. Wie ist dieses wunderschöne farbliche Exemplar da hingepuddelt? Ähm, Mrs. Kirby, bitte jetzt hier. Bitte konzentrieren Sie sich und lassen Sie bitte Ihr komisches Ding ins da. Das trägt ja keiner mehr. Äh. Ja, komm her, ich komm aus dem Ghetto, hat er. Ghetto mit Boxen gelernt. Den Menschen zu fürchten, okay. Oh, da ist er schon. Ah, warte mal, ich muss so ein Loch hier zusammenbauen, wieder. Ja, 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 ja. Alter, hier, komm. Hast du davon, ey. Was? Höh? Ich hab doch gebaut. Komm, hier noch ein bisschen ein Loch. Alter. Komm, auf. Jetzt kann ich aber nicht, hier kann ich was bauen, ja. Okay, das verstehe ich alles. Okay, dann waren das bloß noch die, die Reste. Oh, die Kamera. Verrückt. Hi. Hier, hier, da schon. Ich bin's, Alan Grant. Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein. Ja. Lass dich von den Kalendern des Galimimus nicht beeindrucken. Dieser Dinosaurier ist ein zahnloser Abschaumschwein. E-Dinosaurier ist eine erste genetisch modifizierte Hybrid im Jurassic World, das man in dem Film nachgucken kann. Hi. I'm Spins wieder. Der Velo-C-Raptor. Das ist eine Falle. Sie haben uns eine Falle gestellt. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Auf geht's. In den Kampf. Hier, da ist es nicht sicher. Ich kenne ein gutes Versteck. Äh. Erik. Der kann ja nicht geteckt. Reiko hat übersprungen gerade? Reiko hat die drückt. Wenn die anderen tut's mir leid. Ich bin gerade kurz... Warte mal, kannst du nicht irgendwas... Äh, warte mal, kannst du irgendwas werfen, ne? Ei. Doch wie ein Hobbit. Senixaurus. Ja. Der war im ersten Teil. Ein Dinosaurier, der blind ist. Ein Senixaurus. Und der Hund von einem, äh, blinden Dinosaurier heißt, die Miss Bello, sieh nix aus. Haha. So nimm ich. Pustet ihr nicht, ne? Der hat aus Pappe. Wir müssen weitergehen. Oh. Ah, da ist der neue Krieg, ey. Stein. So, warte mal. Der kann Grandy machen. Solomon Grandy. Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Ach, mit zwei ist es doch echt deutlich angenehmer. Als wenn man wirklich, äh... 15.000 Leute dabei hat. Jo, danke, Erik. Ne von dir. Oh, dein saftiger Kick. Geil. Ah, da kann dann... Erik rein. Aber erstmal schauen wir uns hier kurz rum. Aha. Gut. Du musst ja auch die... Jede Ecke, volle Pracht... ...des Spiels erleben. Äh, ja. Komm sie. Er sammelt es auch nicht ein. Er sammelt es nicht ein. Brüder, wir brauchen ganz viel von diesem Zeug. Das macht nichts. Alter, wie er unten sitzt. Gar nicht gesehen. Oha, okay. Warte mal. Hier war ich wieder Billy, äh... mit Erik. Shit. Tarn-Moders activated. Hallo. Ich bin's. Hi. Ich bin's, Erik. Halt's nicht geschafft, ey. Loser. Da bist du geschockt, was? So, da brauche ich auch ein Dinosaurier für, in die Lophosaurus, um da irgendwie das goede Ding anzuspritzen. Äh, ja. Okay, warte mal. Hm. Könnte ich das hier irgendwie noch kaputt machen? Oh, ne. Gut. Dann krabbeln wir mal durch und schauen mal, wo wir überhaupt rauskommen. Ei, Dinosaurier spielen. Okay. Und was brauchst du denn eigentlich? Zeig dir mir das an. Äh, ja. Ich wollte nur wissen, was er eigentlich hat. Äh, was er braucht, um gesund zu werden. Eis. Hotdog. Zigarren. Weiß ja nicht. Wieder unterschiedlich. Jedes Tier ist ja da anders, nicht? Ich glaube, ich brauche jetzt hier ein bisschen, äh, Alan Grant Action hier. Ich glaube, dieser Job ist nichts für Kinder. Warum schickst du einen Jungfellenaufgabe für einen Mann? So war's nämlich. Weil die den Film noch nicht gesehen haben hier, äh, Zack Snyder's Justice League. Ja. Kauft euch ein Sky-Ticket und ein abgediedelt Ziel. Wo die Blu-Ray kommt, glaube ich, diesen Mord raus? 26. Mai oder sowas? Jaja, da bist du ja herkommen. Uhu. Aber ich wollte eigentlich... Äh, dem Dino da die Karte geben. Ist das nicht möglich? Nee. Nee. Na gut, dann. Ciao. Ciao, Babino. Ciao, Lottikawati. Okay, warte mal. Ich wollte aufschneiden. Erstmal zeige ich den Busch hier noch. Rote-Grüne Pflanze, ey. Weil er so ein Evil klaut. Weil ich hätte jetzt ein Herz rausspringen müssen. Das wäre nice gewesen. Ja, und jetzt hätte ich noch einen Schokoriegel oder was? Okay, da geht... Ach, da gehst du rein? Ach, komm. Ja, moin. Hatte ich überhaupt nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Ula, Ula. Ah, ja. Okay, naja, zumindest haben wir schon mal alle drei gefunden. Ist ja auch schon mal ziemlich nice. Jetzt bin ich dran. Du kannst schon mal die Karotte holen. Wo ist denn das hier? Ja, geil, oh. Das war doch gar nicht so schlecht. Gott, Alter. Das ist ja explodiert in alle Richtungen hier. Nicht mal die Hälfte habe ich. Eben, juckt die Nase, ne? Ja. Raptor, schnell! Raptor, schnell! Gleine. Alter! Habe ich ihm einige gegeben. Bam, Alter! Alter, ist immer schwer zu steuern. Jetzt kommst du doch rum runter, Alter. Komm. Das gibt Bock, oder was? Alter, zäng. Alter, halt mal auf damit. Mein Panzer ist sowieso undurchdringlich. Zack, Alter. Du ohn noch mal. Bam. Ah, jetzt kommt. Blue, Alter. Green. Hier ist der Green Charlie, ne? Alter, lass mich schon rum. Zack, Alter. Crazy Punch, Alter. Juhu. Dein Versteck ist gleich hinter diesem Loch. Dein Versteck ist gleich hinter diesem Loch. Ne, ich will den Dino nochmal spielen. Weil da hinten mal noch was zum Cat tut morgen. Ach, das ist das Schöne an so einem Dino sein, ne? Du kannst überall gegenlaufen. Du kriegst sofort die ganzen Münzen. Hätte man vielleicht mal aufheben können. Aber naja. Wir machen hier keinen Speedrun. Das kommt. Geil. Richtig geil. Coolie. Ist da mal schon mal richtig pornosyös. Pornorama Mama. Das erinnert mich doch schon. Oh, warte, wurde hier kurz. Äh, hallo. Schlag in die Luft. Ach, guck mal, ins Wasser gesprungen. Okay. Da kann ich mich daran erinnern, wo ich das mal auf 100% gespielt habe, dass hier übelst vier Schüssel warm war. Ja, okay, danke. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Bittest du jeden Tag gelaufen, Alter? Drei Monate lang? Aber ans Drei Wochen weg, weiß ich auch nicht. Drei Monate, ne? Ich glaube, drei Monate hat er hier auf der Insel verbracht alleine. Ich hoffe, er ist drei Monate alleine auf der Insel mit Dinosauriern. Dicke, auf gar keinen Fall. Also, ich wäre verrückt. Definitiv. Die Dinos können ja auch Schweiß und so riechen. Und, Alter, in der Situation, ne? Jo. Aua. Nicht zu wenig, ey. Jo. Alles klar, wir haben... Jo. Okay. Wieso kommt er da runter, ne? Und ich nicht. Das ist immer so die Question. Lego. Tails. Tails. Ne, wie heißt es nie? Traverse Tales. Games. Warte mal. Ich geh mal mit Münzen, Alter. Tja, irgendwas links, rechts. Wacom. To the home. Oh, ja. Das ist jetzt jemand, wenn es der Grant dann nicht dabei gewesen ist, ja? Ja. Ist so aufgeschmissen gewesen. Vielen Dank, Eric. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Deine Eltern sind hier. Sie suchen dich. Sie sind Alan Grant. Was machen Sie denn hier? Deine Eltern haben... ...mich eingeladen, mitzufliegen. Vorsichtig damit. T-Rex. Es verscheucht einige von den Kleinen, aber es lockt einen supergroßen an mit einer Flosse. Granzi. Granzi. Alter, Upgrade oder was? Ein bisschen... T-Rex. Urin. T-Rex. Pipi, ey. Also im Film sagt er dazu was anderes. Also nicht er, nicht Eric, sondern Alan Grant. Kannst du dich noch was aussehen mit deinem... ...T-Rex-Urin? So, ja. Ne, danke. T-Rex-Urin, äh, was machen? So, ich will das da oben abwerfen. Tatsächlich, oder was? Was soll ich sagen? Es ist... ...einfach geil. Jo, hey, komm her. Äh, warte. Ha, 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 ha. Äh. Es verscheicht, er verscheucht die Klein, aber genau, zieht ihn groß mit der Flosse an. Den Spinosaurus. Spinos, Egyptius. Egyptius, Stachos. Ja, hast du gedacht, war? Ha, ha. Tschü. worte ob die raptoren kann er hätte im ersten teil die raptoren kann gerade verloren wird jetzt nicht hier keinen sinn wir wollen wir empfehlen meinte so normal ich habe die wollte deswegen weil wir in blauen stein und so bitte unter ich bin wenn er dich für die höhen gemacht ich will mal guppies zu denen sagen aber guppies sind ja fische aber die auch so klein sind was mit euch hier chillt ein bisschen was wie nice das gerade war einfach den kleen zerpflückt ich zerstöre dich heim bis dann tv bohr nee warum bist du da ist das für dich was und hallo und warum bist du hier versteht euch ihr kennt euch alles nice alter bestand tv und ich zerstöre dich danke für euren follow was los bei euch einfach so reingeballert oder was crazy einfach crazy typen vielen dank dip beim lego game der zimmer ja noch mal hier war der brüche für dich hat dreieck warte mal okay du kannst da unten klettern wieso muss ich jetzt schon wieder nach oben ne okay warte mal jetzt gehen wir uns das mal hier jo er hat schiss oder was ja können die hochhelfen nee warte mal auf gar keinen fall du gehst mal hier runter erstmal was ist los bei dir der bestimmt ist die good room so nehme ich ja da auf jeden fall ja die kapitel 17 hat von der hobbit gelernt heiligin küsste ich jo ja ich bin es ja ja eric ja meine mutter ruft mich ab und zu mal jahren mit schon seit drei monaten hier eigentlich müssten uns kennen dauer kopf von einem kumpel die klau neuklaut so warte mal und ich muss ja noch zurück ich wollte das erste mal dass ich auch mal die namen richtig lese hier weil ihr auch so super geile einfache namen habt manchmal sind hier namen bei wirklich so uha das ist ja das ist ja freilich so okay wo mit dir ja warte kommt mir hier aber ja mutig sind sie ne die clean bock haben sie auf jeden fall so die haben sie ja zerlegt in teil 2 ich kann mich noch dran erinnern oder die da eh und er war natürlich auch der typische deutsche deswegen auch der name dieter klassisch deutscher name dieter damals in den 90ern waren alles anders alles anders da war die denn auch angesichts der name da konnte man auch die da heißen ohne zusammengeschlagen zu werden obwohl da kann ich auch schon damals prüge gekriegt ja so warte mal der kleiner springt er da an den kackhaufen drin da ist eben echt nicht zu schade hallo ja warte mal wieso kämpft du überhaupt noch gegen die kann einfach die putter da schmeißen und dann ist so schickimicki oder was alter was ein glück dass hier ein äh äh entfernen lass es ja da ist ein boot direkt unten am ufer scheint unbeschädigt hören sie was der satellitentelefon mom dad mommy oh daddy oh dad mom eric eric woher wusstest du dass wir hier sind das telefon dieser blöde jingle ich hab's gehört ich hab's nicht nisch hatte es zuletzt er muss es gehabt haben als er josen alter familien zusammenführung haben wir wieder geschafft alles klar mutti muss nicht mehr schreien faddy muss nicht mehr schreien es ist ein happy end nicht nur für mich nicht nur für sie sondern auch für mich und für euch gott sei dank eric haben wir überhaupt nicht schafft ist nicht euer ernie oder wahnsinn alter da wenn sich nach um am